es gibt auch vor allem auch wenn man schafft die Dachgarten zu schaffen der Fügel in der Mitte weil ich glaube der kann sich nur anfühlen wenn sie sich wieder so hell an Oh Gott. Boom, Headshot. Hey, komm, bitte. Ey. Schau, wie ich hier durchrenne. Ich kann hier nichts anderes machen. Oh. Oh, hoch, hoch. Ausgewicht. Ist der große Tod? Ja. Ey, ich hatte gerade nur noch ein Leben. Oh Gott. Ist doch gar nicht so schwer. Nein, ist gar nicht so schwer. Wie, nicht? Ach, geschafft. Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches, Unschreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript oder Sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sich an... Oh. Tschüss. Ja, tschüss. Oh. Oh, Gott. Es durch die Wand. Oh, schon. Ja, ist gelb. Hier gibt es doch was. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Na dann, okay. Das heißt, wir müssen jetzt... Ach, halt hier. Hoch. Fall nicht runter. Oh Gott, ich war jetzt gerade knapp. Wie viel hier rumliegt. Leuchtfackel. Und da liegt noch ein Manuskript rum. Einfach eine Manuskriptseite. Alice Angst vor dem Dunkeln. Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Okay. Okay. Oh. Oh. Ich hoffe mal, das war jetzt richtig. Nee, ich hätte eigentlich da drüber gehen sollen. Hauptsache, egal. Das habe ich jetzt noch. Okay, ich habe jetzt noch drei solche Fackeln. Gut. Oh Gott. Da hinten rennt schon wieder. Ich glaube, das war der Typ, der vor dir wegkriegt ist. Schau, was da liegt. Was ne? Das ist ne Falle. Das ist ne Bärenfalle. Kann ich die jetzt... Irgendwann mal rein. Ja, rammerein. Was zum Teufel. Oh, oh, oh. Ich dachte erst, die kann ich irgendwie deaktivieren oder sowas. Es ging nicht. Deaktivieren, ey. Ah, du weißt das, mein. Ja, ja. Kann ich nochmal reinrennen? Nee. Ah, schon mal, noch eine. Ja, gut. Ich renne nochmal rein. Oh, hier liegt noch eine. Achterscheiße. Also, hier liegen ja ziemlich viele. Ich hoffe, ich gehe gerade richtig. Alter, das ist gerade echt. Ah, okay, okay, da muss ich ja wieder zurückgehen. Da hinten ist ja auch der Weg. Ich kann nicht mehr rennen. Nicht mehr rennen, ey. Der braucht echt mehr Ausdauer. Oh, ja. Das braucht er auf jeden Fall. Ach, ist das hier überhaupt ein Weg? Doch, ja. Wow, wow. Ganz ruhig. Und immer schaft den Boden achten. Wow. Wow. Eie, die sind halt echt schon ziemlich schnell. Da kann man einfach nichts machen. Da kann man nicht wegrennen. Wow, wow. Was war das denn jetzt? Meine Tansatur. Oh, 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 oh. Ihr sollt es nicht kommen, ihr sollt es zum Spielen. Oh, ich habe keine Batterie mehr. Ist ja ganz toll. Ich glaube, du gehst den weiten Weg. Ja, nee, der Weg ist schon richtig. Ah, da auch. Oh, jetzt ist er ruhiger geworden. Ach, da. Oh, schon wieder so ein großer... Ich habe keine Batterien mehr. Ich habe keine Batterien mehr, Kumpel. das ist mir gerade schon mal gesagt es ist keine Batterien mehr oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott 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 lade ich auf lade ich auf der eine ist weg jetzt noch der große oh 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 Kumpel 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 ich habe keine Munition mehr ich würde mal wegrennen ich würde einfach durch den Feind hier zu rennen wenn ich ihn wirklich irgendwie schlagen könnte oh 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 ich brauche jetzt trotzdem schnellhilfe Batterien ich brauche trotzdem noch was anderes was denn noch Waker hat eine Kette von Katastrophen nein bitte nicht nein oh Gott oh Gott ich weiß schon was jetzt kommt oh eine schrubblende ein Jagdgewehr oh Gott wie geil ich weiß trotzdem was jetzt kommt ich weiß trotzdem was jetzt kommt und ich werde es nicht mögen eine Thermosflasche kommt jetzt die mag es natürlich nicht Karte und vor allem ich habe nichts anderes also wenn der sich ein immer so sein vom Prozentual her wie viel du schon hast ich glaube du hast noch nicht mal die Hälfte erreicht äh das kann ich mir gut vorstellen das ist ja aber Folge 2 immer noch ich komme ganz kurz wie viele Folgen es gibt tu das oh Gott wenn ich jetzt hier runterspringe dann kommt der bestimmt irgendwo her oh Gott ich hatte den Flugzeugabsturz gehört ein Flugzeugabsturz es war gerade erst hier runtergekommen aber es war uralt sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen der Anblick jagte mir eine Schauer über die Hälfte das das Flugzeug war Jahrzehnte alt und trotzdem flog es jetzt gerade erst ich glaube es kommt gleich kein Typ hier mit einer Kettensäge da bin ich mir ziemlich sicher ich glaube ich habe die gerade schon gehört Alter schau dir mal schau mal schau mal hier warte 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 ich muss mich was ist das einmal die Tür ist so mega klein und der Schatten ist ja mal ultra schlecht okay äh bitte gibt's hier irgendwas bitte oh 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 du musst runter ist das zu kurz ne 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 oder schau mal schau hier geht's ja nicht weiter ich komme nur hier hin zum Stein so hab ich's gemacht ich habe einen ja einen grandiosen Sprung ne so wo geht's denn weiter ähm ähm hey Merth ach hier oh hier gibt's ein Secret wie komme ich da jetzt bitte schon hoch da oben ach hier okay äh na jetzt hab ich dich Kirste oh bitte River Munition oh nein natürlich nicht das ist nicht das was ich wollte na gut oh Gott oh Gott oh Gott also weißt du eigentlich dass ich äh also kennst du den Chainsaw Man 16 ja das ist mein äh Lieblings jetzt player im deutschen Bereich ja und jetzt kämpfe ich gegen den Chainsaw Man 16 würde ich mal sagen ne lauf ich hier gerade richtig ich lauf total falsch oder unten ist irgendein Lager okay aber ich lauf trotzdem falsch hier runter wahrscheinlich ja hier runter oh 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 Kontrollpunkt oh ja oh ja das sieht schon sehr stark danach aus wo kommt die denn jetzt keiner ho 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 okay die sind weg das ist momentan nicht so gut ich hab keine oh ich hab wieder Munition wo wurde die äh keine Ahnung ich bleib ne ich nehm ja lieber die oh Gott ich hab keine Batterie mehr oh Revolver sehr schön Licht sehr schön Licht Licht okay das war wohl nicht Hä laut dem Sound sollten ja welche sein aber es sind keine da ich oh meine Fresse oh Gott oh Gott oh okay wo bin ich wo bin ich jetzt oh 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 du dich mal erschreckst oh man ich hab keine Taschenabbel mehr oh oh hey ich hab mich doch wohl ach egal Ich glaube, du stirbst gleich. Du hast auch mal noch deine Leuchtpacke, die du schmeißen kannst. Danke dafür. Dass ich es gesagt habe, oder wie? Ja, ich hätte mir jetzt niemals draufgekommen. Ich hätte dir auch warten können, bis du tot bist. Natürlich. Oh, mein Bein schläft ein. Ach, du bist hier. Oh, meine Fresse. Oh, mein Gott. Oh, Alter. Nein, ich will... Er kippst jetzt um, oder nicht? Oh, nein, nein. Oh, nein. Oh, schon. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja. Oh, ja. Wie lange willst du es eigentlich noch weit kommen? Also bis jetzt, dass du siehst, dann willst du es noch machen. Äh, nicht mehr lang. Oh, was wir jetzt beide vertreten? Och, mein Schläft ein. Er weiß, wie es ist, wenn beide einschlafen. Ja, ja. Das weiß ich. Nee, ich mache es dann. Bald einen Cut. Ich glaube, wir müssen aufhören, oder? Das ist die Grenze. Oh, Gott. Oh, mein Bein, mein Bein, mein Bein. Stirbt es? Nee, es schläft nur. Aufwachen, mein Bein. Frühstück ist fertig. Oh, meine Skriptseite. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Kippe geschoben worden. Der Piki Thornton kam aufgeregt, aus den Trümmern hervorgekrabbelt. Das Holzlager sah sch... Was? Schimmelig aus? Nein. Das Holzlager sah schlimm aus. Schlimm aus. Ach so, schlimm. Schimmelig aus. Ja, weil ich gerade nur einen Blick drauf geworfen habe und du hast es dann geschlossen. Du konntest es so schnell nicht lesen. So. Hä? Ach, treten. Was bringt mir das, bitte? Oh. Oh. Upsala. Was bringt dir was? Äh, ich habe gerade... Habe ich gerade das Spiel... Hä? Was habe ich denn gerade gemacht? Ich glaube, ich habe das gemacht, was ich nicht machen sollte. Ich glaube... Ich habe auch, glaube ich. Ja, da sollte ich nämlich drauf springen eigentlich. Das heißt, da steht ja auch aufs... auf das Müllendach. Ja, und ich sollte jetzt, glaube ich, auf dieses Teil da springen und das habe ich nicht gemacht. Ah, ne, halt, jetzt kann ich drüber. Upsala. Hallo. Okay. War das Script-Seite? Als Barry das Dunkel das Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders, als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom-Show, aber eigentlich eine Horror-Show. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht. Nur entsetzt. Oh Gott. Der Typ stimmt eh noch. Oh. Eine Thermos-Klasche. Ich spiel's mal bis zum nächsten Checkpoint. Okay. Müsste jetzt, glaube ich, gleich kommen sogar. Eine Leuchtfackel noch. Oh, zwei. Ich werd' ich mitnehmen. Ja, das mach' ich. Auf jeden Fall kann ich da... Und setz' sie ein. Ich schreib' dir, glaube ich, immer, wenn du jetzt Ellen wegspielst. Vergiss nicht die Leuchtfackel. Sie haben mir geholfen. Ja, 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 ja. Sonst bin ich, glaube ich, gleich ganz oben. Jetzt bin ich beim Dach, ja. Nee, gleich. Das ist gleich oben. Du musstest nicht immer alles aufmachen. Dann lass' ich jetzt. Hier gibt's nix. Ja, du bist gleich oben. Eigentlich bin ich gar nicht mehr bei dem Holzweiler-Lager. Erst durch den Wald schaffen, ja. Du musst wieder durch den Wald, hierzu. Ah, Kontro... Oh, was steht da? The Darkness... Was? Where's the... What's the face? Trägt das Gesicht, okay. Na, ist ja ganz toll. Dann... Mach' ich jetzt einen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir gegen Chainsman 16 kämpfen. Okay, also wenn der Kampf gegen ihn kommt, dann wäre ich sogar den Namen der Folge so benennen. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe mal, da ist der Kevin auch wieder dabei, wenn alles klappt und wenn alles... Oh, ich wär fast so. Ja, wenn alles klappt, dann ist er nächstes Mal wieder dabei und ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.